Ich hab noch eine Länge, Alterne. Ich hab vorher mal doch nichts craften. Kann das Kupfer ja wieder rein. Meine Güte, bin ich doof. Ja, ob man jetzt so ein bisschen Mangel hat an... Oder am Holzmangel meinte ich. Keine Ahnung. Das sind noch 8. Ich hab nicht gezählt. Tut mir leid. Aber die müssen da gleich kommen. Ich hoffe so mindestens. Wenn nicht, muss ich noch in Wiki reingucken. Ich mag den Berghelm. Gibt's nichts besseres. Ryan ist eingetroffen. Ja toll, jetzt bin ich grad weg hier. Hallo Mr. Guide. Warte, könnte ich ja gleich das nächste ausbauen wieder. Ah, schnell zurück. Ryan. Hallo Ryan. Ryan, Ryan. Ja, der Guide ist da. Cool. Ich hoffe das Licht gefällt dir ja, Mr. Ryan. Hilfe herstellen. Was wollte ich denn herstellen? Irgendwas wollte ich doch... Achso, das kann nicht mehr weiter hergestellt werden. Genau das... Ähm... Kron... Knochen... Fuckin... Oh, das sieht cool aus. Genau das wollte ich. Kupfer... Ach, eine Eisenkette hätte ich gebraucht. Okay. Okay. Das bräuchte ich Gold dazu. Okay. So. Obin. Ne, warte mal. Goldfrüchte. Ich bräuchte Gold. Erstmal. Das ist Gott hier nicht drin. Was? Was? Eine Kiste daneben. Macht so viel Sinn. Ah, ohnehin gleich, ey. Was wäre ich denn? So, das. Ein Thron. Wow. Goldkrone. Robin, hätte ich ja. Eine Taschenuhr. Eine Eisenkette. Ja, wo machen wir das? Dann haben wir eine Uhr und eine Eisenkette. So. Wo ist der Rob Bane? Das ist genau. Eine Eisenkette. Oh, muss ich truffeln. Nee, muss ich nicht. Gut. H... 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 Uh, das ist schlecht. Also muss ich gleich Gold fahren. So, Hello Ryan. So. So, Uhrzeit. Was kann ich gegen die Uhr eintauschen? Bewegungstempel. Vier Schaden, also das ist gut. Ach, das kann ich jetzt mal weg. Hey, wir haben eine Uhr. Es ist gerade fast elf Uhr. Okay. So. So, den Wirdschwing. Dann hole ich mir doch den magischen Schab. Oder eine Krone. Aber die Krone wäre auch nicht schlecht, ne? Aber ich brauche auch bessere Waffen wollen. Das ist eine Krone. Habe ich nicht. Jörg. Habe ich nicht. So, warte. Ach, Seide. Seide, 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 Fils. Seide. Oh, keine Ahnung. Oh, keine Ahnung. Nein, nein, komm, nein. Sag mir doch, was fehlt. Sag mir doch, was es fehlt. Ja, ich könnte andere Bettfarben machen. Hey, nur so. Okay. Ach, ähm. Ich brauche grüner Farbstoff. Habe ich nicht. Du, bleib. Hä, konnte ich nicht noch eine Krone machen? Ja, Krone, wo ging? Ja. Es ist hier. Da muss ich was anderes noch craften. Sieht da mal so aus, dass ich noch was anderes craften möchte. Oh, das ist da oben. Ich kann keine Krone kraften. Oh, Gott. Kommt Ruby-Stuffed. Hallo, Mr. Ruby-Stuffed. Dämonisch. Wow, wow, wow. Wow, wow. Wow, badass, ey. Okay. Oh, das war's. Okay. 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 Hey, aber nicht. muss man ja jetzt ein bisschen probieren wieder fahren aber es ist ja nicht so schön ja 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 jetzt wichtig ein bisschen sehr viel versammeln weil die meteoriten oben ich nicht so ganz gerne haben so viel kupfer sehr viel eisen ist auch wir werden schnell in der ganz zu nur um sowas der natalie das herz muss ich ganz gerne haben die die Rieger in die Auflöcher er war jetzt die ganzen Eisen ab einigen Scheiß ist viel heißen extrem viel Eisen das bräuchte um das ist richtig da ist aus den Brunnen möchte ich auch haben ein bisschen aber irgendwas hat sich hier geklänzt mal was hier unten schon eingesammelt glaube ich eher nicht hauptsache ich denke hier nicht perfekt perfekt ich glaube ich so schön wie irgend so ein kristall es ist viel eisen jahr kommt diese rohine es fehlt mir gerade Okay. Herstellen, ähm, Rubin. Volkone. Ach, 30 Baren bräuchte ich. Ach so. Oh, tsch. Ja, dann macht es Sinn, warum ich das nicht craften konnte. Dann macht es ja voll Sinn. Hallo Mr. Zombie. Oh, Tür hatte ich schon. Ablegen. Okay. Ja, ja, ja. Die ganze Zeit auf, ey. Ich weiß es nicht. Darf ich irgendwie auch gut zu wissen. Sterne brauche ich ja nicht, Montan. Dich bräuchte ich. Ne, okay. Es ist 8 Uhr 35. Abend. Ach, ja genau. Du bist im Farbteil. Danke sehr. Danke sehr. Für mich sehe ich die Hülle auch ziemlich, ziemlich neu. Guck mal her, du Blütenpfeile. Hinterhältige Pfeile, ey. Hast du sowas? Ach, hallo Mr. Ach, hallo Mr. Ach, hallo Mr. Ach, hallo Mr. Ja, das ist auch sehr nice, ne. muss man schon sagen wie er hat mich sehr zu den stein hier sagen ja ist zu viel falsch in acht gespielt wo ich noch nie gegen dom gekämpft habe ich bräuchte gold aber spüren netzen sind auch nicht schlecht ja das ist kupfer aber kupfer ist immer wichtig kupfer braucht man kupfer ist das neue metall reihe nein ich mache so weiter kupfer ist kupfer ja ja d d d d zu tun ein Blöcke im Weg verkleidet als Prozent Dirt Blöcke schnell alles abbauen ich weiß nicht ich hab ich glaube eher mehr Goldprobleme als Holzprobleme wie manchen anderen hier sagen dass die kaum Holz kriegen oder so Bäume wakten ziemlich schnell nach und du das ist sehr schön ja Spelunky Head komm mal her warum kann ich hier hoch einfach jetzt steck ich fest ok Mr. Fledermaus kommt nochmal her ja ja also Höllen ja 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 ne ja 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 Oh, Eisen. So. Fuck, glaube ich nicht. Was hat mich gerade erwischt? Ach, der Matchblock. Ich und Höhlentüro, ey. Das ist, äh, das ist ganz erschrocken. Rope, okay. Oh, Schmaragde. Cool. Und noch Herzteil. Wunderbar. Oh, wer wohl die andere auf dem anderen Herzmangel hatte. Oder besser gesagt, den Lebenskristallmangel. Sehr schön. Komm, irgendwas Schönes noch. Nein, doch, oder, oder? Kann ich das reinschießen?